Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer ersten Hauptversammlung, der Hensoldt AG. Wir leben gerade in einer außergewöhnlichen Zeit und das zeigt sich auch in dem Format dieser Veranstaltung. Gerade auf unserer ersten Hauptversammlung als börsennotiertes Unternehmen wäre es mir natürlich viel lieber gewesen, diese Rede vor Ihnen persönlich zu halten und mit Ihnen gemeinsam über die erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens im vergangenen Jahr zu sprechen. Aber versprochen, das holen wir nächstes Jahr nach. Sie wissen, auch für mich ist das heute die erste Hauptversammlung als Vorstandsvorsitzender der Hensoldt Aktiengesellschaft und meine erste Rede dieser Art. In der Vorbereitung darauf habe ich das vergangene Geschäftsjahr noch einmal Revue passieren lassen. Selbst mit etwas Abstand muss ich sagen, das ist schon herausragend, was unsere Kolleginnen und Kollegen, unser Team im Jahr 2020 geleistet haben. Wir sind in allen relevanten Kennzahlen gewachsen. Und das teilweise signifikant. Wir sind noch innovativer geworden. Wir haben spannende Tech-Unternehmen akquiriert. Und wir sind am 25. September 2020 an die Börse gegangen. Und das nur gut dreieinhalb Jahre, nachdem wir ein eigenständiges Unternehmen geworden sind. Mit anderen Worten, wir haben uns seit 2017 zu einem global aufgestellten, fokussierten Anbieter von Sensorlösungen entwickelt. Und übernehmen zunehmend Verantwortung für Großprojekte unserer Kunden. Wir haben Technologien entwickelt, die weltweit größte Beachtung finden. Und fast nebenbei haben wir sieben Akquisitionen gestemmt und eine global anerkannte Marke mit einer Präsenz in 19 Ländern aufgebaut. Kurzum, wir spielen inzwischen in der Champions League der Verteidigungs- und Sicherheitselektronik. Meine Damen und Herren, dass die deutsche Börse uns nur wenige Wochen nach dem Börsengang in den SDAX aufgenommen hat, erfüllt uns mit sehr großer Freude. Das ist eine großartige Bestätigung unserer positiven Entwicklung. Und ganz besonders stolz sind wir über die strategische Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland an unserem Unternehmen. Diese Beteiligung unterstreicht unsere Bedeutung als wichtiger Technologiepartner und strategischer Lieferant für nationale Schlüsseltechnologien in Deutschland, in unserem Land. Ende April hat dann der italienische Verteidigungskonzern Leonardo bekannt gegeben, ebenfalls 25,1% der Anteile an Hensoldt erwerben zu wollen. Ich begrüße dieses Investment in unsere Hensoldt-Aktiengesellschaft ausdrücklich. Damit gewinnen wir einen zweiten, langfristigen Ankeraktionär und einen starken, potenziellen, strategischen Partner. Wir sehen in der Zusammenarbeit mit Leonardo vielfältige Chancen, unsere erfolgreiche Strategie weiterzuentwickeln und so das langfristige Wachstum von Hensoldt zu stärken. Wenn wir über das Jahr 2020 sprechen, müssen wir vor allem über eine Zahl sprechen. Unseren historischen Auftragsbestand von sage und schreibe 3,5 Milliarden Euro. Das entspricht mehr als dem Zweifachen der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2021. Das gibt uns eine gehörige Portion Planungssicherheit. Das unterstreicht aber vor allem eins, wie sehr unsere Kunden auf uns setzen und uns vertrauen. Besonders hervorheben möchte ich die Aufträge für das Eurofighter-Radar unserer deutschen und spanischen Kunden. Diese Aufträge haben ein Gesamtvolumen von über 1,5 Milliarden Euro. Und das sind die größten Aufträge in unserer Unternehmensgeschichte. Genauso wichtig wie das Volumen, finde ich, die Art der Auftragseingänge. Hensoldt, Ihre Hensoldt, wird damit zum Systemführer im Bereich der Kampfflugzeugradare. Und darauf sind wir ebenfalls ausgesprochen stolz. Unser Sensorportfolio kommt aber nicht nur im Eurofighter zum Einsatz. Unsere Marine-Radare wurden für die neuen Mehrzweck-Kampfschiffe der Klasse F-126 ausgewählt. Ende 2020 haben wir auch ein Angebot für das Signalaufklärungssystem Pegasus abgegeben und zwischenzeitlich den Vertrag dafür entverhandelt. Gleichzeitig geht unsere starke Entwicklung aber nicht nur auf das Sensorgeschäft zurück. Auch unsere Optronik entwickelt sich außerordentlich positiv. Hier haben wir im vergangenen Jahr Aufträge für über 150 Aufklärungssysteme für fliegende Plattformen erhalten. Mit unserer leistungsfähigen Präzisionsmächstechnik für die Halbleiterindustrie sind wir darüber hinaus auch im Zivilmarkt sehr erfolgreich. Sie sehen, wir sind weiterhin für nachhaltiges und profitables Wachstum sehr gut aufgestellt. Auch wenn wir auf die anderen relevanten Geschäftszahlen für das vergangene Jahr blicken, wird klar, wir halten, was wir versprechen. Auf Neudeutsch, we walk the talk. Wir haben eine starke operative Performance gezeigt und unsere Erwartung bei allen relevanten Kennziffern erreicht oder übertroffen. Damit haben wir uns den finanziellen Spielraum geschaffen, um weiter in unser Kerngeschäft sowie wichtige Zukunfts- und Schlüsseltechnologien zu investieren. Kurzum, wir haben 2020 einen wichtigen Grundstein für zukünftiges Wachstum gelegt, um unsere führende Marktposition für Verteidigungs- und Sicherheitslösungen weiter auszubauen. So haben wir den Umsatz um 8,3% auf über 1,2 Milliarden Euro gesteigert. Das bereinigte EBITDA haben wir trotz kurzfristiger Anlaufeffekte bei unseren Großprojekten um 1,7% auf 219 Millionen Euro verbessert. Wie bereits eingangs erwähnt, liegt unser Auftragseingang dank einer Reihe neuer Großprojekte auf einem Rekordniveau von über 3,4 Milliarden Euro. Durch den erfolgreichen Börsengang und die positive Entwicklung des Cashflows konnten wir den Verschuldungsgrad auf das 2,6-fache unseres EBITDA weiter reduzieren und damit die ursprüngliche Prognose von ca. dem Dreien-Dreifachen übertreffen. Auch für das laufende Geschäftsjahr 2021 rechnen wir mit einer anhaltend positiven Geschäftsdynamik und erwarten einen Währungs- und Portfolio-bereinigten Konzernumsatz zwischen 1,4 und 1,6 Milliarden Euro sowie eine bereinigte EBITDA-Marge vor dem Geschäftsvolumen mit geringem Wertschöpfungsanteil von etwa 18%. Wir planen, die Nettoverschuldung weiter zurückzuführen und zum Ende des aktuellen Geschäftsjahres den Verschuldungsgrad auf weniger als das 2,25-fache unseres EBITDA zu senken. Diese gute Entwicklung bis zum Börsengang und auch danach hat uns dazu gebracht, Ihnen heute die Ausschüttung einer Dividende von 13 Cent je Aktie vorzuschlagen. All das haben wir, wie nahezu alle anderen Unternehmen weltweit, unter widrigen Umständen erreicht. Dafür, meine Damen und Herren, möchte ich mich bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der ganzen Welt ganz herzlich bedanken. Ohne sie wäre diese Entwicklung nicht möglich gewesen. Ohne ihre unbändige Motivation, ihre Leidenschaft für unsere Technologien, ihre Loyalität gegenüber unserer Hensoldt, wäre das nicht möglich gewesen. So haben wir gemeinsam als Team in außergewöhnlichen Zeiten Außergewöhnliches erreicht. Meine Damen und Herren, Hensoldt hat in der Covid-19-Pandemie eine sehr starke Widerstandskraft gezeigt. Wir haben unter Beweis gestellt, wie resilient unser Geschäftsmodell ist. Und ja, wir haben bereits im Januar 2020 damit begonnen, uns auf eine globale Krise vorzubereiten. Mit einer Vielzahl von Maßnahmen haben wir es geschafft, den Gesundheitsschutz für unsere Mitarbeiter, Kunden und Partner mit der klugen Fortführung des Geschäftsbetriebs auch während der Lockdowns zu verbinden. Dabei haben wir bei der Digitalisierung unseres Unternehmens in kurzer Zeit gewaltige Fortschritte gemacht und werden auch künftig davon profitieren. Trotz der weltweiten Pandemie bleiben wir auch in unserem internationalen Geschäft auf Kurs. So haben wir mit einem weiteren Auftrag der US-Streitkräfte für unseren Laser-Entfernungsmesser einen großen Erfolg im weltweit größten Verteidigungsmarkt erzielt und weitere neue Aufträge in allen Weltreligionen gewonnen. Liebe Aktionärinnen, liebe Aktionäre, Als Vorstandsvorsitzender der Hensoldt Aktiengesellschaft möchte ich Ihnen aber nicht nur Zahlen mit auf den Weg geben. Ich möchte vor allem mit Ihnen nach vorne blicken und über unsere Zukunft sprechen. Darüber, wie wir unser Unternehmen weiterentwickeln und nachhaltiges, profitables Wachstum ermöglichen wollen. Sie kennen unseren Slogan, Detect and Protect, Entdecken und Schützen. Dieser Slogan beschreibt den Kern unseres Tuns und die Richtung unserer weiteren Entwicklung. Nämlich vor allem, die für unsere Sicherheit einstehen, die besten Technologien zur Erfüllung ihrer Aufträge zu liefern. Denn wenn wir in die Welt hinausschauen, meine Damen und Herren, sehen wir unglücklicherweise, dass sich die globalen Risiko-, Bedrohungs- und Konfliktszenarien in den letzten Jahren verändert haben und die allgemeine Sicherheitslage deutlich schlechter geworden ist. Auch die Art der Bedrohung verändert sich. So gibt es immer mehr hybride Konflikte mit einer Cyber- und Informationskriegsführung. Zudem werden immer häufiger Drohnen, Roboter und künstliche Intelligenz auf dem Gefechtsfeld eingesetzt. Kurzum, auch militärische Systeme kommen ohne weitreichende Vernetzung, Cloud-Systeme und drahtlose Verbindungen nicht mehr aus. Deshalb investieren unsere Kunden immer größere Teile ihrer Verteidigungsbudgets in elektronische Systeme. Man könnte durchaus sagen, auch der Verteidigungs- und Sicherheitssektor wird immer digitaler. Nehmen wir Data Analytics, künstliche Intelligenz, Cyber Security oder Cloud-Anwendungen machen auch in unserem Sektor nicht halt. Wir haben unsere Strategie bei Hensoldt darauf ausgerichtet, immer mehr Komplettlösungen anzubieten. Dabei geht es darum, die Elektronik und Sensorik intelligent zu vernetzen, um die Leistungsfähigkeit neuer Plattformen zu steigern und sie an neuen Anwendungsfällen auszurichten. So liefern wir unsere Lösungen nicht nur an traditionelle militärische Kunden, sondern schützen mit unseren Drohnenabwehrsystemen wichtige Veranstaltungen und tragen mit unserem Passivradar zu einer leistungsfähigeren Flugsicherung bei. Meine Damen und Herren, dass unser Passivradar darüber hinaus eigentlich unsichtbare Stealth-Flugzeuge aufspüren kann, zeigt das Potenzial dieser herausragenden Technologie, die wir in Hensoldt entwickelt haben. Unsere Fähigkeiten zur Vernetzung bringen wir auch in die großen europäischen Zukunftsprogramme ein. Das Future Combat Air System, kurz EFKAS, ist vielen von Ihnen sicherlich ein Begriff. Für EFKAS und weitere europäische Zukunftsprogramme haben wir dank unserer einzigartigen Kompetenzen Aufträge für Studien gewonnen und erwarten erste Verträge für Demonstratoren noch in diesem Jahr. Dabei profitieren wir als unabhängiger Lösungsanbieter vom direkten Zugang zu wichtigen Kunden und dem Austausch mit unseren Kunden. Wir wachsen aber nicht nur in unserem Kerngeschäft. Wir entwickeln unser leistungsstarkes Produktportfolio, auch konsequent für andere Segmente und Märkte weiter und rüsten uns für die stetige Weiterentwicklung zum Anbieter von integrierten Lösungen. Dabei greifen wir gezielt auf ausgereifte Hensoldt-Basistechnologie zurück und optimieren diese entlang neuer Anforderungen. So lassen sich selbst modernste Luftverteidigungssysteme mit unseren digitalen Spektrum-Dominanzlösungen frühzeitig erkennen und durch leistungsfähige Störsender neutralisieren. Und für noch besseren Schutz von Fahrzeugen auf dem Gefechtsfeld haben wir unser Selbstschutzsystem, muss mit digitaler Sensorik und signifikant verbesserter Software ausgestattet. Meine Damen und Herren, darüber hinaus wollen wir auch anorganisch weiterwachsen. Mit einer fokussierten und klar definierten Akquisitionsstrategie haben wir in den vergangenen Jahren insgesamt sieben Unternehmen gekauft und in die Hensoldt-Gruppe integriert. Mit diesen Akquisitionen stärken wir unser Produktportfolio, erschließen neue Märkte und sichern uns den Zugang zu neuen und disruptiven Technologien. Diese Strategie werden wir auch in Zukunft beibehalten. Liebe Aktionäre und Aktionäre, das nachhaltige Wachstum von Hensoldt basiert zu großen Teilen auf unserer, auf der Innovationskraft unseres Teams. Dafür gebührt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz besondere Anerkennung. Denn Ihr Innovations- und Unternehmergeist ist ein zentraler Bestandteil unserer Identität und damit der Motor für unsere Innovationen. Darauf, meine Damen und Herren, bin ich ganz persönlich sehr stolz. Innovation hat bei Hensoldt seit jeher aber auch zwei Gesichter. Positiv. Zum einen arbeiten wir permanent an der Weiterentwicklung und Verbesserung der Technologien in unserem Kerngeschäft. Nur so konnten wir unsere Technologieführerschaft über all die Jahre halten und ausbauen. Ein Beispiel dafür ist die mittlerweile bereits dritte Generation unserer Hochleistungsmesstechnik FFM für die Halbleiterindustrie. Um diesen Innovationsvorsprung zu erhalten und auszubauen, investieren wir gerade an unseren Standorten in Deutschland. In Aalen haben wir vor wenigen Tagen unser Innovationszentrum für Landsystemlösungen eröffnet und in Ulm investieren wir in ein Entwicklungszentrum für Hochfrequenztechnik und schaffen hier weitere hochqualifizierte Arbeitsplätze. Zum anderen investieren wir in Technologien, die unser Portfolio erweitern und Zugang zu angrenzenden, aber neuen und zukunftsweisenden Märkten geben. So ist unser Drohnenabwehrsystem, Expeller, zu einem führenden System am Markt gereift und wurde im vergangenen Jahr zur weiteren Vermarktung in unserer Division Optronics übergeben. Vor einigen Jahren haben wir Hansel Ventures gegründet, wo wir ganz bewusst in einem Start-up-Umfeld neue Technologien entwickeln und marktfähig machen. Bei Hansel Cyber zum Beispiel haben wir die Entwicklung eines sicheren und quasi unhackable, unhackbaren Prozessors und des dazugehörigen Betriebssystems abgeschlossen. Damit verfügen wir über Schlüsselkomponenten zum Schutz militärischer, aber auch ziviler Systeme vor der ständig wachsenden Bedrohung aus dem Cyberraum. Zudem haben wir das österreichische Technologieunternehmen Sail Labs gekauft, um unsere Fähigkeiten im Bereich der Signalaufklärung, um das immer wichtiger werdende Element der Open Source Intelligence zu erweitern und zu ergänzen. Damit gewinnen wir auch wichtige Fähigkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz. Mit diesem Schritt kompletieren wir unser Sensorportfolio mit intelligenten Lösungen für den digitalen Raum und machen einen weiteren Schritt hin zu einer der führenden Datenanalysehäuser im Sicherheits- und Verteidigungssektor in Deutschland. Außerdem nimmt Hensold im Bereich des 3D-Drucks von elektronischen Schaltungen, ich wiederhole, 3D-Drucks von elektronischen Schaltungen, inzwischen eine weltweit führende Position ein. Zusammen mit unserem israelischen Partner Nano Dimension haben wir im vergangenen Jahr einen echten Durchbruch geschafft. Wir haben die erste im 3D-Druck hergestellte Platine mit zehn Schichten vorgestellt und damit das Potenzial dieser Technologie eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir ruhen uns nicht aus. Wir ruhen uns nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit aus. Ganz im Gegenteil, wir geben weiter Gas. Vor allen Dingen um unsere Technologieführerschaft im Bereich der Verteidigungselektronik und unsere Rolle als strategischer Schlüsselleferant weiter auszubauen. Wir legen aber nicht nur Wert auf Wachstum und Innovation. Wir legen innerhalb unserer Hensoldt-Familie seit jeher auch ein ganz besonderes Augenmerk auf unsere gesellschaftliche Verantwortung und das Wohlbefinden unserer Belegschaft. Das haben wir nicht erst durch den Umgang mit der Covid-19-Krise demonstriert. Sowohl die physische und psychische Gesundheit als auch die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir uns seit jeher als hohe Priorität verschrieben. Wir leben bei Hensoldt eine starke Unternehmenskultur und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind stolz auf ihr Unternehmen. Deshalb planen wir die Einführung eines Mitarbeiteraktienprogramms, mit dem wir die Identifikation unserer Mitarbeiter mit dem Unternehmen weiter stärken wollen. Die Belegschaft wird im Rahmen dieses Programms Hensoldt-Aktien zu einem vergünstigten Kaufpreis erwerben können. Damit, meine Damen und Herren, etablieren wir auch bei unseren Mitarbeitern eine Aktienkultur und fördern weiter das unternehmerische Denken. Die erste Zeichnungsperiode soll im vierten Quartal diesen Jahres, also 2021, beginnen. Und das Programm soll für unsere Standorte in Deutschland, aber auch in Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Südafrika gelten. Die Details des Mitarbeiteraktienprogramms werden derzeit erarbeitet und sollen vom Vorstand zum Ende des ersten Halbjahres bereits beschlossen werden. Auch die Themen Diversität und Chancengleichheit sind zwei zentrale Prioritäten in diesem Jahr, die meinen Vorstandskollegen und mir persönlich sehr am Herzen liegen. Als Vorstand wollen wir uns hier ganz klar positionieren. Deshalb haben wir die unternehmensweite Initiative Elevate ins Leben gerufen, um den Frauenanteil in Führungspositionen, meine Damen und Herren, deutlich zu erhöhen. Dieses Ziel haben wir in den langfristigen Zielen des Managements verankert. Gemeinsam mit unseren Umweltzielen macht das 30 Prozent unserer langfristigen Vergütung aus. Damit sind wir vielen anderen Unternehmen voraus. Neben eigenen Initiativen engagieren wir uns auch in externen Initiativen, um dem Thema mehr Nachdruck und öffentliche Präsenz zu geben. Daher sind wir Mitglied bei der Initiative Chefsache. Ein Programm des Verteidigungsministeriums, das unter der Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin Diversität und Chancengleichheit fördert. Als Mitglied der Initiative South African Women in Defense geben wir jungen Frauen Stipendien für Ingenieurs- und Studiengänge. Besonders am Herzen liegt uns der Verein Lachen-Helfen e.V. Hier geben wir Soldaten und Polizisten die Möglichkeit, sich privat in humanitären Projekten speziell für notleidende Kinder in Kriegs- und Krisengebieten einzusetzen. Meine Damen und Herren, nicht nur der Schutz des menschlichen Lebens, sondern auch unserer natürlichen Ressourcen und damit der Umwelt ist für uns ein zentrales Anliegen. Dabei verbinden wir Nachhaltigkeit bei Hensoldt mit unserer herausragenden Innovationsfähigkeit. So beziehen wir seit dem vergangenen Jahr für unsere Hauptstandorte in Deutschland ausschließlich Ökostrom. Und unsere französische Tochtergesellschaft Nexia treibt die Entwicklung von grünen Off-Grid-Mikro-Grid-Wasserstoff-Energieversorgungsanlagen voran, die wir sowohl im zivilen, aber natürlich auch im militärischen Bereich für unabhängige Energieversorgung Ökostrom nutzen können. Damit öffnen wir neue Märkte, neue Marktchancen für unsere Firma Hensoldt, die auch unsere Produkte direkt unterstützen und von Energieversorgung, externer Energieversorgung unabhängiger machen. Ganz besonders am Herzen liegt uns auch der Schutz von gefährdeten Wildtieren. Meine Damen und Herren, wir schützen vom Aussterben bedrohten Nashörner in Südafrika mit unserer herausragenden Technologie. Und in den vergangenen Wochen haben wir zudem eine Kooperation mit der Nichtregierungsorganisation Polar Beer International vereinbart und mit unserer Sensorik Eisbären und aber auch die dortigen Bewohner im Norden Kanadas und später auch auf Spitzbergen zu schützen. Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, Compliance. Im Bereich der Compliance verfolgen wir weiterhin eine Null-Toleranz-Strategie. Hier geht es uns darum, Korruption mit maßgeschneiderten Prozessen und verpflichtenden Schulungen der Belegschaft um jeden Preis zu vermeiden. Meine Damen und Herren, Sie sehen, Themen wie soziales Engagement, Schutz von Ressourcen und die verantwortungsbewusste Unternehmensführung sind für uns selbstverständlich und gehören daher schon seit vielen Jahren zu unserem Tagesgeschäft. Als börsennotiertes Unternehmen ist es uns ein Anliegen, uns klar zu nachhaltigem Wirtschaften zu bekennen. Wir arbeiten auch daran, unsere ESG-Berichterstattung weiter auszubauen. Deshalb finden Sie in unserem Geschäftsbericht für das Jahr 2020 erstmals ein eigenes, umfangreiches Kapitel, das dem Thema Nachhaltigkeit bei Hensoldt gewidmet ist. Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, was verbleibt mir zu sagen? Stellvertretend für mein ganzes Führungsteam darf ich Ihnen versichern, dass wir als Newcomer an der Börse eine ganz besondere Verantwortung Ihnen gegenüber verspüren. Diese Verantwortung machen wir uns jeden Tag bewusst. Denn Hensoldt ist Ihr Unternehmen. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und für den konstruktiven Austausch, den wir regelmäßig zu strategischen und operativen Themen mit Ihnen haben. Mein ausdrücklicher Dank gilt allen Aktionären, die uns seit unserem Börsengang einen Vertrauensvorschuss gegeben haben. Wir werden alles tun, meine Damen und Herren, um diesem auch langfristig gerecht zu werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.